Eine 20-jährige Aalhornerin ist mit ihrem Kleinwagen am Dienstag in Richtung Aalhorn unterwegs gewesen, als sie wegen Eisklette nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen ein Baum prallte und schließlich auf dem Acker zum Stehen kam. Dabei erlitt die 20-jährige leichte Verletzungen, ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fisbecker Straße halbseitig gesperrt. Untertitelung des ZDF, 2020